Sie hätte schon viel früher zu Ihnen kommen sollen. Aber den Satz hören Sie wahrscheinlich öfter, oder? Ich kann Sie ja verstehen. Darmspiegelungen stehen ja nicht gerade auf der Top-Ten-Liste der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Dafür weiß ich jetzt, glaube ich, was mit Ihnen los ist. Wirklich? Ich habe zumindest eine Vermutung. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin Geschäftsführerin eines Computer-Software-Vertriebs. Große Firma, viele Mitarbeiter? 260. Und trotz Wirtschaftskrise, wir expandieren. Ja, dann weiß ich, glaube ich, woher Ihre Darmbeschwerden kommen. Stress? Überarbeitung? Nein, Sie haben sogenanntes AKS. AKS? Arschkriecher-Syndrom. Frau Peters, wie es aussieht, haben Sie Arschkriecher in Ihrem Darm. Was? Das gibt es doch nicht. Tja, ich habe mindestens einen Geschäftsmann in Ihrem Darm lokalisiert und ich gehe stark davon aus, dass das ein Mitarbeiter Ihrer Firma ist. Wer denn? Schauen Sie doch mal selbst auf den Monitor. Äh, das ist Rainer Wilms, der Leiter unserer Außendienststelle. Der ist mir letzte Woche beim Betriebsfest so dermhassen in den Arsch gekraut. Da haben Sie es. Ja, und wie kriege ich denn jetzt da wieder raus? Vielleicht sprechen Sie einfach mal mit ihm. Hier drücken, dann kann er Sie hören. Ja. Hallo, Herr Wilms. Oh. Frau Peters? Allerdings. Können Sie mir erklären, was Sie in meinem Arsch machen? Naja, bei ihm führt ja dieser Posten des Bereichsleiters frei und der Huperz. Der ist auch so scharf auf die Stelle und da habe ich mir gedacht... Kriege ich der Peters mal einfach in den Arsch, oder was? Ja, so in der Art. Sie kommen jetzt sofort da raus. Äh, und was ist mit der Stelle? Ja, die gebe ich Ihnen jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Dann bleibe ich drin. Bitte? Was mache ich denn jetzt? Ich fürchte, wenn Sie ihn loswerden wollen, dann müssen Sie ihm den Posten geben. Okay, Wilms, Sie sind neuer Bereichsleiter. Und jetzt raus aus meinem Arsch! Sehr gerne, Frau Peters. Hallo, Herr Wilms. Vielen, vielen Dank, Frau Peters. Ich mache mich dann mal an die Arbeit. Ich habe ja jetzt ne ganze Menge zu tun, ne? Schönen Tag noch. Tschüss. Was für ein Arschkriecher. Ups. Was? Ich fürchte, da ist noch einer. Hallo. Ach nee. Tag, Frau Peters. Hallo, Herr Hupertz. Ist dir jetzt klar? Vielen Dank.